Seit 20 Jahren ist Marco Kessler als Fotograf tätig. Werbefotografie und Videoproduktionen sind von Anfang an sein Steckenpferd. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung gehört seit einigen Jahren auch CGI, das Erstellen von digital animierten Szenerien zum Portfolio von Mediashots. Das Team besteht aus sieben Mitarbeitern, jeder für sich ein echter Spezialist. So wird Foto- und Videografie ebenso abgedeckt wie Post-Production, neue Medien und CGI-Renderings. Und eines haben alle gemein, den kreativen Blick und das technische Know-how für ein gelungenes Bild. Schließlich sind alle festangestellten Mitarbeiter eigens ausgebildete und ausgezeichnete Fotografen. Neben der Manpower ist auch das technische Equipment spezialisiert. 30.000 Watt Lichtleistung für den Einsatz in und Outdoor. Full-HD-Aufnahmesysteme und eine professionelle Produktionsbetreuung garantieren nicht nur eine super Bildqualität, sondern auch einen gut organisierten und somit zeitoptimierten Ablauf. Farb- und Tonqualität werden in der In-House-Post-Production optimiert und auf Wunsch an vorgegebene Maßstäbe angepasst. HD-Schnittplätze und die Möglichkeiten der CGI-Bearbeitung machen die Filme fertig für den Einsatz auf Großleinwänden, in Präsentationen sowie ganz einfach als Upload ins Internet. Zum Beispiel auf Firmenwebsites, YouTube oder Social Networks. Die Referenzen erstrecken sich von Image-Videos über Reportagen, Interview-Einstellungen mit Sprecher bis hin zu technisch motivierten Arbeiten. Hierbei zählen regional aktive Firmen und Vereine ebenso zu den Kunden wie international tätige Konzerne. Das Archivierungssystem macht es grundsätzlich möglich, bestehende Präsentationen umzuändern, neu zusammenzuschneiden und ganz unkompliziert zu ergänzen. Master-GVDs, Blu-rays für besondere Anforderungen oder einfach ein Link zum Internetvideo. Die Abgabe der Filme erfolgt stets im geforderten Medium. Mediashot ist mit seinen sieben Mitarbeitern und einer Studiofläche von gut 450 Quadratmetern eins der größten Foto- und Videostudios Hessens. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017